Herzlich Willkommen zurück! So, ich habe eine Einstellung bis nun gespielt. Und ich hoffe, die Qualität lässt nicht nach. So, es geht mal weiter. Wir sind abgestürzt und sind jetzt hier... Ja, keine Ahnung, Sahara gelangt. Oder Syrien sogar. Also, ich bin der Meinung, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Moment, darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. ... ... Voll die Überanstände. 25 EPs. Vielleicht 10. Jahrhundert. Passt zur Legende des Propheten. Könnte es das wirklich sein? Ich werde erstmal schwarz nicht ausgepackt. Erstmal nach versteckten Hinweisen suchen. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte Recht. Wandgemälde. Wandgemälde. Mal sehen, was ich hier noch so schönes finden kann. Heiß Gette. Romantgemälde. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee. Vermutlich die Russen. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Von da sind wir hergekommen. Jupp. Darum war ich schon. Geht's hier weiter. Wenn ich mich recht im Sinne, wenn ich das Spiel schon mal gespielt habe, dann müsste es hier bei der Karte eine Prozentanzahl geben. Was ich schon alles gefunden habe. Herausforderung 1. Relikt. Ja. Auch für den Raum meine ich. Er führte seine Anhänger durch die Wüste. Zur Oase. Ein geheimer Eingang. Ein geheimer Eingang. Schöner ist mal Licht in die Fresse gekriegt. Noch keine. Wir sind bestimmt bei dem Unfall aufgegangen. Okay, dann los. Konstantin will vor Sonnenuntergang das Kraten. Ach, die suchen das Kraten. Ich muss es vor ihnen kämpfen. Unglaublich. Wir haben Dattesen hätte sehen können. G scholars sich so kurz mehr gefangen. Das preocuerte良ig. Auch ich künzt auf den Weg im trajectorenuntergang. Zwei. Haben wir geguckt? Dass faul ich nicht. Alles. Ich komme jetzt nach drei. zwei. Dall der Ainz. Drei. 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 Durch seine Ane. Drei. Drei. Wie لي. So eine Wind rum. Komm. Oh mein. Sie sind schon hier. Ich muss da rein. Das war was verkehrt. Schön, aber jetzt hätte ich mich nicht mal an Eis erinnern könnte. Vorwärts sagen. Das war's. 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 Das war's.